So geht es los. Oder auch so. Drück die Starttaste, um die Ansicht zu wechseln. Mach die wichtigen Dinge groß. Oder die nicht so wichtigen klein. Alles so, wie du es willst. Konzentrier dich auf die Arbeit und stürz dich ins Vergnügen. Oder mach beides gleichzeitig. Das alles geht jetzt ganz einfach. Auf deinem Windows-Tablet, PC oder Surface. Das neue Windows. Ein Erlebnis für alles, was dich bewegt. Das neue Windows.